Was machst du damit eigentlich? Alles klar. Ähm, wir testen jetzt gerade meinen Nidhogg aus. Ich hoffe mal, Silas ist ein würdiger Gegner. Ja. Ich hab schon eine Minute Spielzeit. Alles klar. Dann... Ich fahr mich nicht denn. Okay, ich bin dieses Orange. Oh, fick dich. Ich sag mal, ob das eher ein langweiliges Video wird, oder ob das ein spannendes Video wird. Ja, klar! Was ist das denn? Du musst mich töten. Boah, ist das... Es ist doch ein Witz! Wie machst du das denn halt? Genauso. Natürlich kam es überhaupt nicht dazu irgendwas so. Natürlich! Ich spawne und bin einfach... Ähm... Hallo Sklavs. Es ist doch ein Witz, Mann! Wie kann das denn sein? Ja. Ich glaub, die Folge nenne ich... Trilas lernt Nidhogg. Komm, fink dich! Wir machen jetzt nochmal was! Ja, natürlich! Ja, genau! Ich lad eine Minute dreißig Videos hoch. Selbstverständlich. Ach komm, das ist echt klasse! Warte mal, ich will erstmal... Ähm... In die Einstellung nochmal. Das gefällt mir so nicht. Da muss ich ja so viel cutten! Du nicht! Kannst ja auch einfach das hier jetzt drin lassen. So. Multiplayer online versus... Annehmen! So, das ist so tapfer! Und will sich nochmal gegen mich stellen! Schaffe! Das ist doch ein Witz! Wie kann man denn dem Mann hier vorbei rennen? Wenn du... Pass auf! Warte, 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 warte! Wenn du aus dem Büsch im Rand rausgespawnst du neu, dann musst du mir nicht hinterherlaufen. Oh... Ups! Jetzt... Jetzt darfst du gehen! Du musst mich nicht töten! Du kannst einfach laufen! Ich bin Töter viel besser! Ähm... Was mach ich? Was ist das denn, Mann? Wie kriegt man dich denn da unten? Ich versteh's nicht! Ähm... Du kannst mit W und S oder Pfeil tasten. Dann kannst du die Höhe ändern. Ja! Wie macht man das denn jetzt? Was? Du drückst W, bis er oben ist und dann wirfst du! Danke! Danke, dass du mir nochmal gezeigt hast! Einfach schlagen! Sehr schön! Das war kein... Das war kein Schwert mehr, aber... Natürlich lässt du mich dann noch stiegen! Wie machst du das denn, dass du die ganze Zeit einfach durchrennst und stichst, stichst, stichst! Ich bin immer direkt tot! Das ist doch richtig kacke! Ähm... Das ist doch ein Witz! Das... Das... Das hat bei mir grad hart geleckt! Das kann doch nicht was! Hat schon wieder hart geleckt! Also ich bin bei mir als tot! Nö, ich sterb die ganze Zeit! Ja... Weil's irgendwie leckt! Oh ja! Oh! 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 Ich bin auch gedrückt! Ich bin auch gedrückt! Ja! Ah! Ah! Ähm... Alles klar! Oh! Klasse! Klasse! Sag mal! Hallo! Ähm... Du kannst dir grad mal ne neue Map rausbringen! Ja! Da vier Stück! Boah! Das ist doch ein Witz! Ja! Wo bin ich? Nein! Hm! Ich seh dich! Und drücke! Und treff dich nicht! Ja! Weil du musst nach unten drücken! Guck hier so! Unten! Weil dann kriegst du mich nicht wenn ich schleiche! Ja! Kickt der mich! Ja! Ich fang mal um und mal durch! Blöder Hacker! Ja genau! Woher soll ich das denn wissen, dass man einfach oben durch kann? Woher soll ich das denn wissen, dass man einfach oben durch kann? Ja genau! Ja das Ding spült mir das ja gerade! Hack die Klappe! Also hier auf der Map spüst du ne Besonderheit aber mir ja... Ist mir egal was hier ist! Alles klar! Dann sag ich das ihm nicht! Natürlich! Ich will dich! Hä? Oh! Danke! Ja, nice! Das ist doch ein Witz! Das... Nein! Das ist doch ein Dreckspiel ey! Ja! Natürlich! Das ist doch ein Witz! Kannst du mal das doch irgendwann mal... Nee! Kannst du auch ne Anderen passen? Oh! Eine Wind hat mir zum Beispiel noch gar nichts! Warum kann ich nicht raus? Ah ja nein! Du musst erst... einen Kill setzen! Bevor irgendjemand gehen darf! Ja man springt auf dich und du triffst einen wenn du... Ja! Nein! Klasse Spiel! Natürlich! Das ist doch ein... Nee! Nee, kannst du... Kannst du... Kannst du... Dann geh weg! Nein! Nein! Ich stelle mich einfach nur hin und mache nichts! Und du stirbst! Das ist doch... Bist doch so ein Noob! Nein! Ja, würdest du dich mal bitte bewegen, ansonsten kann ich nicht respawnen. Natürlich! Ich schlag gleich mein Bildschirm kaputt. Aber komm, eine mehr passt noch gar nicht genau. Klar. War die erste, die mir oft genug gespielt hat. Ne, ne, noch eine. Ja, wie kickst du denn? Ach, ich lag nur am Boden, ich hätt noch weitermachen können. Ja. Gut zu wissen, danke, dass du mir das sagst. Komm, wir gehen nochmal zurück. Und los geht's. Ne, ne, ne. Hallo. Hallo. Aber ich springe und... Hallo. Nein, das bin ich. Ja. Hinterspielkratze übrigens. Oh, nein, nein, nein. Ich bin ja auch selten, denklich. Hallo. Ich bin ja gleich. Cho 기ano Ja! Das tbeeuf interessant aus. Hehehe." Ich dachte, du merkst nicht. Oh nein. Geil, komm mal da, bitte. Hä, ich hab doch... Vor allem, ich seh mal, ich war einfach nicht auf dein Schnelles, aber meins. Ja. Fick dich. Hallo, ganz gut. Boah, ist zu dein, Mann. Ja, oh Gott. Ich steche hier zu und es juckt das wieder. Boah, jetzt aber. Komm, wolltest du nochmal? Nein, wolltest du, alles klar. Also ich mag das spitzendlich. Nein, ne andere Map. Welche denn? Ach, ne, stimmt. Schon, das ist meins, ja, dann lass die nennen. Hallo. Ah, das ist die Stande, ey. Ja! Ja, ja, Nick. Alles klar. Macht auf jeden... Macht auf jeden Fall Sinn! Und wir okay. Mann, kann ich nicht einfach mal so spawnen, wie ich das Spiel auch verlassen habe? Weil ich gucke extra nach unten, damit ich unter mich durchrollen kann. Dann spawnen ich bin nicht mehr unten. Das ist echt toll gemacht. Ja, ich bin nicht mehr. Ah. 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 Ja! Ja! Natürlich! Du willst alles weiter machen. Ich versteh's aber auch einfach nicht. Oho! Den übrigens mit beiden Höhlen kann man nicht werfen. Was? Was? Wie bitte? Natürlich schlag ich über dich, weil das Spiel einfach scheiße. Oho! Mir gefällt das Spiel ziemlich. Halt die Klappe! Nice! Was? Ich hab dich nicht geschlagen. Das kann doch einfach! Oh ja! Ah! Ah! Ich muss ja gehen! Oh nein! Nee! Ja! Ja! Ich bin da! Ich kann nicht gehen! Oh! Hallo! Wie schnell spürst du denn noch? Ja! Ja! Ein wunderschöner Spiel! Halt die Klappe! Ja! 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 Was wär denn so aufheben? Ja, wenn man nach unten drückt, dann kann man ein Sperr aufnehmen. Ja. Wir kriegen ja da mal genug, ne? Hauptsächlich meine, aber in Ordnung. Warum darfst du eigentlich gehen, wenn du mich nicht... Warum darfst du permanent gehen? Naja, weil ich in der Vorderposition bin. Ich hab übrigens keinen Schmerz mehr, aber du glaubst auch nicht mich. Ja, du siehst doch, ich springe und es reagiert... Ja, ja. Du bist so weit. Du hast du mir gefressen, Arschloch. Nochmal. Das ist doch echt scheiße. Oh, ganz kurz. Mein Schwert ist weg. Alles klar. Ich mach dir das so fertig. Ja, natürlich reißt du mir irgendwas raus. Was ist das? Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Ich muss es bei Alten besuchen. Ja, wenn man einfach nur da oben steht und es langweilig machen will, kann man das auch okay. Ekelhafte Gras, ne? Das du immer kriechen musst. Ich dachte, ich steh weiter vorne. Natürlich. Ich seh erst meinen Kopf weiter vorne, auch immer steh ich weiter hinten. Wie auch immer. Ja, ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. Du bist ruhig öfter jetzt in der Talkspiel gegeneinander. Halt die Klappe! Ich will das Eichhörchen töten. Ähm. Ja. Warum bist du jetzt? Ich versteh's einfach nicht. Naja, weil ich dich getötet hab. Und ich werde hier hinten gespawnt. Ich muss dann wieder... Du wirst natürlich immer in den Gras gespawnt, natürlich. Ja. Ach. Ich spring mal zu spät. Was? Halt, stopp. O. Ist es okay, dass die Spür ruckelt und laggt, die Schwille da... Ja ja ja, nix ist laggt. Ja, schaut sie es an. Schau's jetzt? Trinidad Ja, ja, Slack Wenn man einfach nichts dagegen macht, kann ich verschliesslich Kann der nicht einfach mal die systemische Schwert unten, dass wenn ich da unten drücke Ne, lauf durch Mach, mach, ist mir egal Ja, klar! Macht Sinn! Ach, yes, das war ein schönes Spiel Ne Ich würd sagen, wir werden mal die Folge, weil die geht schon wieder 20 Minuten lang Egal Und wir können ja noch eine aufnehmen Ne, ne, ich nehm gar nichts mit dir auf, du Arsch Na, dann bist du nix, Matsch